Und mein Kollege Thomas Bade ist bei dieser Demonstration in Hannover. Und die Frage an dich, Thomas, wie zahlreich, wie groß ist denn der Widerstand gegen TTIP in Hannover? Also die Veranstalter sprechen von 20.000 bis 25.000 Demonstrierenden hier auf dem Opernplatz in Hannover. Und wenn ich das nun sage, und Sie sehen hinter mir einen fast leeren Platz, dann liegt das daran, dass die Auftaktveranstaltung vor einer halben Stunde hier war und die Demonstranten dann weitergezogen sind. Die ziehen jetzt einmal um die Hannoverische Innenstadt und sind in etwa einer Stunde wieder hier auf diesem Platz. Dann wird die Demonstration hier weitergehen. Im Moment also ziehen Sie sozusagen um den Block, um die ganze Stadt noch einmal aufmerksam zu machen. Und wenn Sie durch die Stadt gehen, dann ist das in Hannover in diesen Tagen ein ganz einfaches Unterfangen. Denn die Stadt ist bereits sehr stark gesichert. Die berühmten Geschichten über zugeschweißte Gullideckel, die sind ja nun bekannt. Aber was nicht so überregional bekannt ist, sind die enormen Straßensperren. Das bezieht sich zum einen auf den Schlossgarten von Herrenhausen, wo Obama morgen Nachmittag mit militärischen Ehren empfangen wird. Das bezieht sich auch auf das sogenannte Zooviertel, in dem die Kongresshalle liegt, in der um 18 Uhr morgen die Eröffnung sein wird. Das bezieht sich auf das Messegelände, aber es bezieht sich natürlich auch auf verschiedene Punkte in der Innenstadt. Die Demonstranten also ziehen zwischen diesen Punkten umher und wollen überall auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Ihr Anliegen ist, dass sie große Sorge haben, dass sie TTIP fürchten und dass sie dieses Freihandelsabkommen nicht als Freiheit empfinden, sondern als dramatische Einschränkung. Worum geht es denn genau bei diesem Transatlantic Trade and Investment Partnership? Nun, es geht, sagen die Befürworter, darum, Handelsschranken zu senken, den Handel zu vereinfachen und diesen gemeinsamen europäisch-amerikanischen Wirtschaftsraum, der ja eine Menschengruppe von 800 Millionen Menschen umfasst, 500 in der EU und 300 in den USA, also der größte Wirtschaftsraum, den es gibt. Dieser Wirtschaftsraum soll leichter miteinander umgehen können. Es sollen Handelsschranken fallen. Es sollen zum Beispiel gesetzliche Grundlagen für Produkte vereinfacht und standardisiert werden. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Rechtslenker und einem Linkslenker-Auto. Das Beispiel passt nicht ganz. Es bezieht sich ja auf Großbritannien und den Rest der Welt oder Australien, Großbritannien, Neuseeland, Südafrika und den Rest der Welt. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Auto mit Rechtslenker, das Sie nur in bestimmten Ländern verkaufen können, dann wäre es natürlich für die Hersteller dieses Autos ein Riesengewinn, wenn es nur noch Autos mit Linkslenkung gäbe. Das ist exemplarisch gesprochen bei den ganzen Wirtschaftsfragen bei TTIP sehr, sehr ähnlich. Es geht um Standardisierungen, aber genau davor haben viele Menschen Angst. Denn Standardisierungen bedeutet auch, dass möglicherweise strenge Umweltauflagen, die in Deutschland bestehen, dann in Amerika nicht übernommen werden oder umgekehrt amerikanische dann in Deutschland gelten, die nicht so gut sind. Und wenngleich auch dieses Beispiel nicht hundertprozentig funktioniert, wenn Sie sich das Beispiel Volkswagen vor Augen halten. Wir sind hier in Hannover, Niedersachsen, Volkswagen. 20 Prozent hat das Land Anteil an dem Autounternehmen. Und der kolossale Schaden, der aufgedeckt wurde, der wurde in den USA aufgedeckt, nicht etwa in Deutschland. Und Volkswagen muss jetzt damit leben. Also TTIP ist stark umstritten. Die Menschen haben Angst davor. Sie artikulieren diese Angst heute hier auf dieser Demonstration. Aber wenige Kilometer von hier wird morgen Barack Obama für TTIP kämpfen. Er wird dafür argumentieren. Er wird mit Kanzlerin Merkel in Gesprächen zusammen sich für TTIP einsetzen. Und auch auf der Hannover Messe geht es natürlich um TTIP. Und auch dort wird Obama natürlich werben für dieses Handelsabkommen. Insgesamt kann man sagen, es sind zähe Verhandlungen. Es ist längst nicht ausgemacht, ob innerhalb Obamas Amtszeit, die ja nur noch wenige Monate dauert, dieses Handelsabkommen wirklich abgeschlossen wird. Oder ob es in die nächste Präsidentschaft weitergeht. Und dann weiß niemand, was daraus wird. Trump ist dagegen, Cruz ist dagegen, Hillary Clinton weiß noch nicht so genau. Und Sanders wird wahrscheinlich nicht zum Zug kommen. Er ist auch dagegen. Das also in aller Kürze hier vom Opernplatz in Hannover. Unsere Berichterstattung geht um 16.30 Uhr aktuell weiter mit den Berichten aus Berlin zum FDP-Parteitag. Anschließend noch einmal mit einer Schalte hier zur TTIP-Demonstration. Dann übrigens ist die Abschlussveranstaltung. Wahrscheinlich sind dann mehr Menschen hier auf diesem Platz. Und um 19 Uhr gibt es eine Sondersendung vor Ort zum Besuch der Bundeskanzlerin der Türkei. Das in Kürze. Der Phoenix-Spätnachmittag. Aber auch bis dahin gibt es noch ein spannendes Programm bei Phoenix.